herzlich willkommen zu diesem ankündigungsvideo heute livestream so ein bisschen später ich muss jetzt noch arbeiten ich war auch gestern lange auf einer party deswegen so spät das ankündigungsvideo so halb 5 5 uhr müsst euch mal so festhalten dann auch so zwei stunden weil dann muss ich um 8 uhr wieder weg deswegen braucht er noch eine stunde zwischen ja wenn wenn ich an 16 30 anfange dann zweieinhalb also auf jeden fall stream bis 19 uhr ich fange sie zwischen 16 30 17 an bis gleich